Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von dem Prolog von Astromedica. So, wir haben uns ja das geile Fahrzeug gebaut letztes Mal. Und jetzt gucken wir erst mal, das ist da, wie wir damit zurande kommen. So, wir haben hier noch... Needed. Also wir haben jetzt noch 200 frei hier. Und dann gucken wir mal, das andere Fahrzeug ging ja noch nicht. Das heißt, ich könnte eigentlich alles machen. Ich weiß nicht, ob das geschlossen ist, wegen Sauerstoff, ne? Und da kann ich Upgrades installieren? Okay, warte. So, dann gucken wir erst mal, was wir sonst noch haben. So, ich will mal kurz... Aber wie gesagt, das können wir alles herstellen. Usable Power Cost, 300. Ansonsten geht's dir gut, ja? Gold, Eisen, Nickel. Ah ja, hier brauchen wir dieses Selsid. Ich muss wahrscheinlich noch mal so einen Gang machen, dass ich da noch mal was drauf platzieren kann. So, was haben wir denn sonst noch für Maschinen? Recycling, die will ich gerne machen, die Recycling-Maschine, das will ich jetzt mal ausprobieren. Das haben wir. Den haben wir. Ja. Ich mache jetzt erst mal die Recycling-Maschine. Da brauche ich so ein Chipset, da brauche ich ein Silber, das weiß ich. Aber ich muss da noch mal Gold besorgen. Aber was wir, glaube ich, mal zuerst machen. Wir nehmen dich jetzt mal. Wir nehmen dich jetzt mal wieder. Ja, ja. Wir sind ja gleich da. Halt, ich will hier rein. So. Und dann waren ja hier diese Dinger. Ja, das Teil ist genial, ne? Genau, die brauchte ich. Hier ist nichts mehr drin. Waren das nicht drei? Wo ist denn das dritte Ding? Also für mich waren das drei Kugeln. Ah, hier ist nochmal Gold. Sehr schön. Wie kann ich hier immer wieder herkommen? Hatte ich das hier nicht leer gemacht? Ich frage für einen Freund. Oh, die Kristalle. Ich bin der Meinung, ich hätte die Kanister hier leer gemacht. Aber okay. Kann mich auch irren. Gut, dann haben wir nochmal Gold. Äh, ich glaube, hier bin ich falsch. Und da bin ich gekommen, ne? Ja, da muss ich hier hin. Da sind nochmal solche Dinger. So, hier sind drei. Eindeutig. Jawohl. Hier sind jetzt nur zwei weggeploppt. Okay. Was sagt das Inventar? Okay. So, dann haben wir hier auch. Dann haben wir nochmal Gold gekriegt. Das ist super. Okay. Dann zurück, würde ich sagen. Halt! Das ist voll cool. Wie kann man schon mal ein bisschen mehr von der näheren Umgebung erkunden? Jetzt können wir die doppelte Strecke zurücklegen. Ohne, dass wir atmen müssen. Ja, ja. Nervt mich. Würdest du da bitte reingehen? Oh Gott. So, jetzt haben wir nochmal genial. Achso, hier ist kein Platz. Dieses Krampel, Krampel und die blauen. Sehr schön. Dann machen wir wieder die Taschenlampe aus. Hoch mit dir. So. So. 100, 100. 95. 80. Bei dem weiß ich es nicht. Wieso hätten die keine Anzeige? Ist die verbuggt? Schon sehr merkwürdig. Die ist kaputt. Lassen wir sie mal da drin. So. So, hol dir mal was zu trinken. Das geht auch schnell mit dem Trinken hier, ne? Halt! Dann packen wir mal das Gold und das Silber da rein. So, und dann brauche... Achso, ich brauche ein Silber für das Ding. Und dann essen wir das nochmal. Und dann nehmen wir uns mal... Was gibt denn so einen Donut? Der gibt 100. Die geben 60. Okay. So, und wir brauchen fünf Platten. Also hierfür brauche ich... Zwei Silber, ein Gold. Okay, okay, okay. Zwei Silber. Ein Gold. So, dann nehme ich nochmal das Iron hier raus. Weil ich jetzt fünf... Dingsplatten machen muss. Hilfe! Ah, das ist natürlich klar. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich werde mir mal... ...das Kupfer rausnehmen müssen. So, pass auf. Hat das noch nicht mal gereicht? Ne. Zwei, drei. Okay, dann packen wir hier... Eins, zwei, drei. Dann packen wir hier noch Kohle rein. Ich muss irgendwie noch einen Schrank machen. Eins, zwei, drei. Ach, du grünen, neuner. Das passt alles nicht. So, dann mache ich erst mal so ein Ding hier. Oh, da müssen wir mal ein bisschen Eisen sammeln. Selber. Leider. Da ist noch was. Für Fünfe brauchen wir schon ein bisschen was. Ich sollte vielleicht so diese Kisten kosten, ja, nur... Ich will ja auch noch so einen Gang machen. Warte mal. Da kostet aber auch vier Eisenplatten, ne? Also, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. So, wir machen erst mal Platz hier. Okay. Der braucht jetzt einen Moment, der Herr. Also, hier sind so viele Eisenklumpen. So, damit hätten wir drei. Zack. Zack. Und... Hier sind auch noch welche. Jawohl. Nimmst du den mit? Nicht wegkicken. Nicht wegkicken. Mitnehmen. Und zwei. Und drei. Aber wir brauchen dann immer noch Eisen. So, wo ist denn hier der Eingang? Hilfe. Ja. Im Weltraum weiß man halt nicht, wo oben und unten ist, ne? Also, das ist so. Okay, so. Dann mal hoch. Und... So, dann hätte ich gerne diese... Ne, da, so. Bis hier die Recyclingmaschine. Ach Gott, das ist ein Klopper. So, und ich habe ja hier so ein Dingens, das will ich mal ausprobieren, ob das geht. Ich habe ja hier so ein Dingens, das Palmtree, den konnte ich ja irgendwo nirgendwo hinstellen. Oder war so ein kleines Ding. Ich will mal wissen, ob da was rauskommt bei. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Oh, guck mal. Ey, Glas. Ey, nur so eine kleine Pflanze. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Also, das Ding ist auch ideal. So, und jetzt wollte ich erstmal nochmal so einen Gang machen hier. Und eine Kiste vielleicht. Was fehlt denn jetzt überhaupt noch? Also, hier brauchen wir... Ja, Copperwire ist ja nicht das Problem. Das haben wir alles. Es fehlt das hier noch. Die Upgrade Station. Das ist nicht so... Das fehlt noch. Und das. Also, vier Stück. Ich würde erstmal die Upgrade Station machen, wa? Und das eine Fahrzeug, das... Boah, guck mal, ey. Wie viel Eisen hier ist. Das ist... Ich sehe nur Eisen. Und dann können wir mal gucken, dass wir mit der... Mit dem Vehikel nochmal ein bisschen rumfahren. Also, wie gesagt, es geht ein bisschen schneller. Es ist doppelt so schnell, als wenn wir Dings nehmen. Und wir haben immer noch das Sauerstoffproblem, ne? Das heißt, ich brauche... Eine Copperwire. So, jetzt gucken wir nochmal. Wie viel du jetzt hier drin hast. Das ist nicht viel, ne? Du hast immer nur Kupfer drin. Achso, ich brauche erstmal... Kupfer drin. Iron Bar. Das Essen. Ne, umgekehrt. Ne, hier ist auch kein Platz mehr. Ich brauche unbedingt... Äh... Ja, ne? Schränke. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Eisen sammeln. Dann... Copperwire. So, wir werden mal folgendes machen. Äh... Ich werde jetzt hier mal... Erstmal das Eisen einsammeln. Und dann werde ich dir mal hier... Kann ich das wegschmeißen? Ne, warte. Wir machen das mal wie folgt. Ich werde jetzt hier mal die Kohle rausschmeißen. Äh... Drop, 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 drop. Er kann ja dann neue sammeln. Ich brauche erstmal Eisen. Und was macht er? Er baut Kohle ab. Das ist unglaublich. Ja, ja, ja. Mecker nicht rum. Aber wenn ich so eine Kabine... Also noch so ein... Das kostet ja auch wieder Strom. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Kisten hier in das... Dings reinstellen kann. Das können wir ja mal ausprobieren, ob ich die Kisten in den Gang stellen kann. Ansonsten... Ansonsten... Oder ich muss so eine Schränke machen. In den Gängen. Warte mal. Äh... Oh, ich kann die auch hier in die Gänge stellen. Das ist gut. Hier passt nur nicht so viel rein, ne? Äh... Und was kostet... Ah... So. Und was kostet... Äh... Der kostet zwei Eisenbahnen. Aber der kostet auch wieder Strom. Das heißt, ich muss diese Storage-Boxen machen. Weil ich glaube, die haben nur drei Reihen Platz, die Boxen. Ach... Nicht mal Escape, ey. So, dann warte. Dann machen wir das mal hier. Und was heißt... Wie, ich kann nicht auch hier? Geht das? Naja, du glitschst ja so ein bisschen in der Wand, aber... So, du hast... Wir haben hier Platz jetzt für 15 Sachen. Das heißt, ich könnte dann immer 15 Sachen einlagern. Und das würde ich auch tun. Das heißt, ich würde jetzt erst mal... So eine Garage, ne? Für das Vehikel wäre nicht schlecht. Äh... Ne, das Kupfer habe ich alles weg, ne? So, dann werde ich jetzt erst mal 15 Kupfer einlagern. So, und wir nehmen das ganze Iron raus. Und das ganze Kupfer. Und dann... Mache ich erst mal Eisenplatten. Eisenplatten. Aber was kostet denn das Ding? Anstrom. Oh, 50. Ja, da muss ich zum Herstellen dann doch immer hierher. Das hat wieder nur für zwei gereicht. Na super. Das ist nicht viel. Ich brauche vier. Ich brauche vier. Ich brauche vier. So. Hoch. Und dann speichern wir hier erst mal. Machen wir mal die Gänge hier voller Kisten. Und dann... Okay. Dann, dass wir von jeder Sorte hier... Und ich kann ja Schilder machen, ne? Warte mal. Das probieren wir mal. Schild 2. Egal, das machen wir jetzt. Eisen ist ja genug da. Oder wenn ich das jetzt hier anbringe... Und dann sage... Kupfer. Ja, und... Ja. Super. Dann habe ich hier... Mache ich hier ein paar Kisten hin. Hier baue ich das andere Ding dran. Ja, super. Das gefällt mir doch schon mal. Das gefällt mir doch schon mal. So. Wir packen. Ja, dann machen wir hier so... Hier hatte ich kein Silber mehr, ne? Ah, hier. Guck mal. Ich habe ja noch Kupfer. So. Dann ist das voll. Ein bisschen sortieren. Sonst suche ich immer. Okay. Und der zeigt immer noch nichts an, ne? Der ist verbuggt. Vielleicht noch im Laden wieder. Und ich habe schon wieder Durst. Mann, ist das schlimm. Okay. Deswegen, ich will dann hier so ein... Ich werde das hier nicht bis zum Ende machen. Ich werde hier so ein Vierer machen. Habitat Korridor. Und dann baust du dich so durch den Weltraum. So Richtung Eis und so. Und dann machst du überall, wo du was abbauen willst. Machst du dann so ein Ding hin. Hier so eins. Ne? Ich habe dann den... So. Und dann baue ich mich hier Richtung Eis. Obwohl hier ist natürlich... Jetzt nicht. Aber, ne? Kannst du so theoretisch machen. Könnte ich ja dann machen. Und dann hier lang. Oben drüber oder so. Und dann kannst du dann da so ein Teil hinbauen. Aber warum der natürlich nicht in die Richtung schießt, ist wahrscheinlich zu weit weg. Okay, so. Ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.